das ist einfach mal klären ja und du hast die Klarigkeit vergessen ein Hyperzahn mit dem jeder wohl Probleme hatte wie in der ersten Generation einfach nix macht mehr Durchbruch ich besprechen keinen fetten Bau jo aber wenn Kosovo jetzt schon so haben ist schon krass Gott du kriegst du trink Bauweibaum 33 ja aber die Puken brauchen wir ja nur 25 und 25 Jahre lang aber trotzdem noch jo mit mir ist nicht zu spassen lieber Herr Hüppel ich glaub ich binne bist du zu stark oder bin ich zu schwach weil das tut jedenfalls weh beides das alle Puken brauchen wir eh nix nehmt und gebt die Fake Food Ciao ja was für ein der Leidstörer nehmt man ich danke dir ja du bist doch auf Inselwandererschaft du da jedenfalls bist du ein großartiger Trainer ich bin mir wirklich schwer beeindruckt ich würde dir ja gerne etwas großartiges denken aber darf ich dir erst einmal die Arcadas große Prüfung dann werde ich dich am am Hanno 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 Resort an einen tollen Ort führen ich danke du hast aus uns aus der Patschräume ich danke dir auch ja nur bei diesem Fortfahrt zum Kämpfen ey du mich auch was für ein Glück was für ein Glück dass du gerade vorbeigekommen bist ja ja ihr kennt mich mal nur wegen Faulheit von euch jo Akala grüß zu schreiben nice wir bieten euch ein Taunter ja und es ist bitte etwas Gutes graficales Tubes hier habe ich auch aus dem Team gepackt weil mir das nicht machbar ich weiß eine Agile kann nach Lackpick kommen das ist wieder so ein perfekter Typ für unser Team ja ich mach dir die Term gönnen und dann hol dir die Term WTF Blutsauger ja du mich auch danke ja jetzt ist es ja nicht mehr der nur Blutsauger der Blutsauger wird stärker das ist einfach nur unsere Power Perle ja du mich auch oh Lampi wird so perfekt zum Typenherden im Team ich hab doch die Agile sogar ein bisschen zu früh ausgezogen wenn wenn das jetzt ein Lampi war komm schon ey zum Typen zum Typen zum Typenherden im Tag dann weil sonst der Diabank im Spektor statt Rattiger angekommen wo das ein Typ wäre wir im Team gar nicht bauen können weil das im Zweifelsbach ist und wie wird schon Donald Trump im Team haben oh das ist schon wieder oh er hat schon viel Eis aber trotzdem ne 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 du spürst du du darfst du schon einhalten das hat man hat kein Lampi hier Lampi könnte man auch noch an anderen Stellen fangen Lampi Lampi wird aber so ein perfektes Team passen zum Typenher Tratikal, du bist jups. Oh, ne, gib mir halt den Schiefergott. Wien geiles Buck. Bitte habt ihr doch den Liesel. Bitte. Lies habt ihr doch den Liesel. Oh, ne, ich denk nie will. Andererseits ist es auch jups. Wieder würde ich sagen gehen wir einfach mal weiter. Wenn ich da zurückkehre, das ist die Wutte die ich im Hinterkopf warten werde. Dann werde ich hier auch was fangen. Ein Karate Meister, Juhu. Guten Morgen, kurz gesagt Moin. Moin. Moin Kenji. Geht. Geht. Chill dein Leben. Ich hab sie nichts gefahren. Du verstehst, Gitarre zeigst es hilfst du musst gleich einen Mariaman ausschicken. Yo. Digga. Chill dein Leben. Bitte. Also ich würd mal sagen wir suchen mal unsere neue Primarene. Unsere Primarene. Es ist ja männlich. Warum ist es männlich? Ja lass mich raten. Jetzt kommt Kosturzu rein oder so. Ja genau. Du mich auch. Ich kenn's nicht mit Kosturzu, ich kenn's mit Primarene. Ja warum kommt sie dann ausgeschickt. Immer die, die ich am hinksten land will. Ja warum kommt sie dann ausgeschickt. Immer die, die ich am hinksten land will. Jetztken wir morgen. Ich find 7 Your banquet fast zusammen. Ah wie ist jetzt? Aber es sind meine große为iener. Ah na 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 Das bist du, das bist du, ja, aber... Technisch auch, ja. Okay, du hast, der ist einreistisch. Kenji wurde besiegt. Ich hab vor allem kurz gesagt... Jo, moin, Mist und noch was. Okay, erstmal Blutsauger jemanden beibringen, der es verbrauchen kann. Blutsauger. Niemand. Dunkelklauen. Doppel... Doppelteam die... Ne, das soll ich noch lassen. Auf jeden Fall, da hat die Deine Berührung, werde ich mein Spadius übertragen. Das darf man. Ja, komm. Ich seh schon wieder, der ist mir doch schon in der Demo. Du bist also der, von dem mir Gladio erzählt hat? Hm, für mich siehst du wie ein ganz gewöhnlicher Junge aus. Das ist Fran. Hi. Lange nicht gesehen. Erst letztes Jahr her. Ich bin Fran. Ich halte es nicht ganz zusammen, ich bin so was wie die große Schlester für alle. Wie du weißt, sind die nicht, die wir helfen. Ja, das stimmt. Aber das macht sie zu lieb, ey. Das schließt wahrscheinlich. Hm, na. Du ärgerst mein Dippengespräch da. Also muss ich hier Deine sein entsetzen. Oh mein Gott, Teamskathos stand Fran. Ich möchte kämpfen. Und sie beginnt erstmal mit was Leckerem für meinen Gagathos. Lecker. Golbert. Ja. Er mag, er muss aus dem Demo sich stehen. Ich kann am besten aber Völber zu pflegen. Das ist ein schöner Heißzahn, die Fresse, du bist Völber. Boah, guck auf. Erstbeschrafen, 10 Euro von jeden Abonnenten bitte, wenn ich mich selbst verletze. Wie ich es einfach gewusst habe. So, jetzt bitte. Gib mir jetzt 10 Euro jeder. Dann komm ich auch 150. Das ist schon ein bisschen was ist. Dann komm ich dann. Flieb ich mir. Nicht mehr für sie. Oh, kein Flieb. Schon nicht so früh. Toll. Ja, das ist halt toll. Ja, jetzt kriege ich den Schritt, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Malunk. Das dreckst du. Okay. Simsalah. Ich glaub bei dem hab ich sogar Zeit. Hab ich bei dem Ding Zeitkineso gespielt? Ganz ehrlich, nein. Das Ding ist futter. Weil durch den Drachen gut klaren würde ich es nicht registrieren. So ist die Psychokinese. Blaskanone. Adios. Blaskanone. Adios. Da hast du gar kein bisschen erstgemacht. Mollung. Gaulebat. Was ist das? Was soll ich sein? Jo, scheinmal mein Team. Ich hab mir ein paar Hypertränkel gekauft, weil die jetzt verfügbar sind. So. Hyperträn. Die gibt's ja schon richtig früh. Jetzt kommt Hyperträn den Spiel. Und Hypertränkst du dann vielleicht? Leider. Ja, jetzt hätte ich... Ganz ehrlich, ich glaub jetzt kommt der Fang gegen die Inselkündigung und da will ich mal ein bisschen schiefbar. Ähm, ehrlich gesagt. Ist du so vorne haben? Weil erstens gar nicht auf die Gestankschwäche. Erstens hat da die Gestankschwäche und zweitens noch was anderes. Da hat keine Wasserstacke. Ja, leider kann man nicht mehr mit dem anderen Steuerkreuz vorgehen. Rot. Ja, bernet was. Nie hatte sie verlaufen, also habe ich schon.